Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video außer der Reihe, obwohl außer der Reihe eigentlich steht es an, nämlich zu dem Thema Take-Home-Exam, also das heißt der oder Exam at Home oder Home-Exam oder Klausuren zu Hause. Es läuft im Wesentlichen alles darauf hinaus, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten, wie wir in den nächsten Wochen Klausuren in einer digitalen Umgebung realisieren können. Dazu gehört unter anderem, dass wir bestimmte Tools an der TU Dresden ausprobieren. Meines Wissens sind im engeren Gespräch Onyx für Opal und Microsoft Forms aus Microsoft 365. Im Moment ist noch nicht klar, wohin die Reise hingeht, aber es gibt noch eine dritte Alternative und die würde ich Ihnen heute ganz gern mit den Bordmitteln, die wir zur Verfügung haben, an der TU Dresden vorstellen. Und ich bin mir sicher, dass viele der Klausuraufgaben, die in den nächsten Wochen anstehen, sich zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften auf diese Weise lösen lassen und sie etwas beruhigter in die nächsten Wochen gehen können, auch ihren Studierenden mitteilen, dass egal, wie die Prüfungssituation sich an der TU Dresden darstellt, es eine Möglichkeit geben wird, Klausuren abzufassen. Vielleicht eines schnell vorweg, Take-Home-Exams sind im Wesentlichen kompetenzorientierte Prüfungen, in denen es nicht darum geht, Wissen abzufragen oder spezifische Definitionen, und in denen sie offene Textfragen beantworten, und zwar in offenen Textformaten, also zum Beispiel in Form eines Essays. Und diese können kombiniert werden zum Beispiel mit anderen Aufgabentypen, wie zum Beispiel Wissensabfragen, die im Seminar oder in anderen Kontexten zu lösen sind. Als Beispiel möchte ich hier nur nennen, dass da das bei uns im Bereich zum Beispiel der germanistischen Medivistik immer noch eine große Rolle spielt, die Übersetzung von mittelhochdeutschen Texten ins Neuhochdeutsche, das ließe sich auf einem anderen Weg realisieren, aber mit Sicherheit nicht ganz so gut in einem Open-Exam. Aber vielleicht kommt es auch da auf einen Versuch an, und mich würde es sehr interessieren, wie dann die Ergebnisse aussehen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wenn man ein bisschen mit Zeitdruck arbeitet und ein wenig einen eher unbekannteren Text nimmt, dass dann die Übersetzungen in der Qualität an kritische Editionen heranreichen. Das, glaube ich, muss man nicht befürchten. Gut, was brauchen wir dafür? Im Wesentlichen haben Sie alles als Lehren einer TU Dresden, haben Sie alles bereits zur Verfügung. Ich würde Ihnen ganz kurz, würde deswegen ganz kurz auf die Opal-Plattform umschwenken, die wir benutzen, um Studierende anzumelden und die wir verwenden, damit wir einen Überblick haben, wer wann zu welcher Zeit an einem Kurs teilnimmt oder auch an einer Prüfung teilnimmt. Das Besondere ist hier, ich zeige Ihnen jetzt hier die Sicht auf den Kurs zur Vorlesung Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. Und ich habe als Kursbesitzer, so haben wir das eingestellt, relativ wenig Einstellungsmöglichkeiten in diesem Kurs. Könnte ich mir geben lassen, will ich aber nicht, habe ich auch kein Interesse dran. Der Punkt ist jetzt, dass Sie eine Klausur, zum Beispiel die ausformuliert ist, in der ganz klar die Bedingungen genannt sind, in diesen Ordner laden können. Und dann muss die Klausur, wenn sie bearbeitet ist, nur wieder auf den Weg zu Ihnen zurück, wenn Sie in Opal Studierenden die Möglichkeit geben, Dateien hochladen zu dürfen. Das heißt, das sind einfach Einstellungsmöglichkeiten, die Sie in der jeweiligen Gruppe, ich mache das ja mal ein bisschen größer, vornehmen können. Im Moment kann nur ich Dateien hochladen, aber wenn Sie hier die Berechtigung setzen, für die Studierenden Dateien hochzuladen, können Sie eine bestimmte Zeit vereinbaren, bis zu der die Klausur eingereicht sein muss. Das Ganze können Sie allerdings auch einfacher lösen, indem Sie zum Beispiel sich die Klausur via E-Mail schicken lassen und dann an Ihre offizielle TU-Adresse und ich zeige Ihnen gleich noch, wie Sie das dann im Detail mit Ihrer Aufgabe lösen. Ich habe herausgesucht eine Klausur, die ich im Sommersemester 2018 geschrieben habe, zur Konstruktionsgrammatik. Die habe ich im Wesentlichen ergänzt nur durch einen Hinweis, nämlich hier, dass es sich dabei um ein Take-Home-Exam handelt. Sie können mit diesen Informationen sparsam umgehen, wenn Sie sie auf anderen Wege abfragen und vor allen Dingen, wenn Sie via E-Mail sich die Klausuren zurückschicken lassen, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie den Studierenden, dass Sie im Vorfeld mit den Studierenden Alias-Namen vereinbaren, damit diese Klausuren nicht über eine ungeschützte Verbindung zu Ihnen zurücklaufen. Aber das liegt alles in Ihrem Ermessen als Prüferinnen und Prüfer, obwohl sicherlich der Upload zu Opal das sicherste ist, wenn das System stabil läuft. Deswegen zur Sicherheit gestatten Sie noch einen zweiten Weg. Das könnte dann ein E-Mail-Zugang sein. Danach sehen Sie einen Arbeitsauftrag, wie er sich auch in einer normalen Klausur finden könnte. Und jetzt kommt der entscheidende Hinweis, wie damit umzugehen ist, nämlich, ich habe mich jetzt hier für die E-Mail-Variante entschieden. Bitte senden Sie die Klausur bis spätestens 22.05. diesen Jahres um 22 Uhr. Das wäre Ihnen vier Stunden an alexanderlasch-dresden.de mit dem Betreff, Achtung, und das ist wichtig, Prüfungsleistung, Lasch, Take-Home-Exam. Geht Ihre Lösung später ein, gilt sie als nicht bestanden. Es gelten die Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens. Das bedeutet, dass natürlich auch für solche Arbeiten eindeutige Plagiate oder das nicht gekennzeichnete Abschreiben, was im Wesentlichen dasselbe ist, das nicht gekennzeichnete Abschreiben von Inhalten, zum Beispiel aus dem Netz oder von einem Kommilitonen oder von einer Kommilitonin unter den Aspekten und Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens geprüft wird und im Zweifelsfall auch ein Plagiat festgestellt werden kann. Das Entscheidende für Take-Home-Exam ist, dass Sie den Studierenden genehmigen sollten, alle Materialien und technischen Hilfsmittel benutzen zu dürfen, die zur Verfügung stehen. Und dementsprechend sollte auch Ihre Klausuraufgabe aussehen. Das zeige ich Ihnen hier nochmal. Das ist ein einfaches Zitat. Und in einem Arbeitsauftrag gebe ich dann Studierenden die Möglichkeit, ein Essay abzufassen. Ich würde mich freuen, wenn es jetzt mit den Möglichkeiten, die wir haben, ein Maschinenschriftliches ist. Denn jetzt haben wir eine gute Chance, gut lesbare Klausuren zu bekommen. Und dann habe ich für die Konstruktionsgrammatik als kognitive Grammatik verschiedene Leitkonzepte aufgezählt, unter denen ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man sich mit diesem fiktiven Ausspruch auseinandersetzt. Und das dient den Studierenden als Orientierung bei der Beantwortung ihrer Fragen. Was ich Ihnen empfehlen möchte, ist außerdem, dass Sie auf der zweiten Seite einen markieren, deutlich markieren, dass Sie sich wünschen, dass die Studierenden auf der Folgeseite mit der Bearbeitung der Klausur beginnen. Und dann sollten Sie berücksichtigen und beherzigen, dass Sie bitte, und das zeige ich Ihnen hier, während der Bearbeitungszeit, und das ist eine Absprache mit Ihren Studierenden, in der Vorlesung, das wäre jetzt Digitalität, in einem Matrixraum präsent sind, um Fragen zu beantworten und für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Dieses Dokument, ich schließe das jetzt mal schnell, sollten Sie dann zu einer bestimmten Zeit, vereinbarten Zeit, in die Gruppe hochladen. Toi, 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 dass Ihnen das dann gelingt. Das ist nicht immer so eindeutig, dass das Ganze entsprechend läuft. Laden wir es hoch. Jetzt steht die Klausur online. Und jetzt ist es möglich, auch mit einem Zeitsiegel zu sehen. 17 oder 16 habe ich sie online gestellt. Jetzt würde ich in die Gruppe die Nachricht absetzen, ähm, online und steht im, ähm, und dann würde die Bearbeitung beginnen können. Ähm, die Studierenden laden sich die Datei. Sie brauchen dafür ihr ZDH-Login. Das ist eine der Bedingungen, ähm, gewesen für, ähm, äh, die, äh, Identitätsprüfung der Studierenden, die ausgegeben worden sind vom Planungsstab Lehrbetrieb. Und so hätten Sie eine, ähm, äh, ein Take-Home-Exam, eine Klausur zu Hause ganz einfach realisiert. Ich hoffe, dass Ihnen das eine Hilfe und Unterstützung ist für die Organisation Ihrer Klausuren. Wie gesagt, das ist die letzte Lösung, äh, falls, äh, sie entweder mit Onyx nicht arbeiten wollen oder können oder Microsoft, äh, Forms nicht zur Verfügung gestellt wird aus datenschutzrechtlichen und informationssicherheitstechnischen, äh, Begründungen und Erwägungen, hätten Sie immer noch diese Variante des Take-Home-Exams, um eine Klausur nicht in Präsenz, ähm, realisieren zu müssen. Und das sollte im Moment zumindest noch nach aktuellem Stand, ähm, oberste Priorität haben. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit helfen konnte, freue mich auf die nächste Folge Ihr Interesse, Ihre Rückfragen und bin bis dahin Ihr Alexander Lasch. Dasото восп Clementinen Lasch Das OK Das clown Das rein Das Das Das